...team. Die Silbermedaillengewinnerin von den Europameisterschaften in München. Eine sehr originelle Boden-Einbiet von Martina Maggio. Ein guter Mix von gymnastischen und akrobatischen Elementen. Ein schöner Auster. Und hier die dreifache Wolf-Turn zum Auftakt. Zu Kahara. Zu Stand. Halpert sich gerade noch rein in der Bodenfläche. Das beherrscht sie eben. Das Mitspielen nimmt das Publikum mit. Ausdrucksstark die Martina Maggio. Flieger und Pfarrer. L totally back to your toe. Lottrücken. Lottrücken zum Strecken mit der Oppelschrauber. Lottrücken. Öpplaus Lottrücken. 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 Ab geht es in die Schlussdiagonale. Flick zum Tempo machen. Doppelgehockt, problemlos, schöne Höhe. Klasse Übung, Martina Maggio. Faszinierende Vorstellung der 21-jährigen Italienerin.